Sie sind in den letzten Jahren in den letzten Jahren in den letzten Jahren. Papi-Sänger auf der 3. Position und Katascha nimmt sich auf die Große-Nachstattung auf der 3. Jetzt hier auf der 1. Position die Papi-Sänger. Und wer sich das auf der Seite hat und eine gute Schnellhunde, wenn der sich hier in der Team 48er Zeit kommt, dann sieht das auch sehr gut aus für das Bereich. Gleich bessere Finals. Und auch die Maxima muss im Kämpfen bis zum Schluss. Also, 48 Minuten für die Sänger. Das sollte man euch an den Maxima auch machen. 49 Minuten.